Hallo Leute, ich bin Du und ich stelle euch heute die Smokehead Rock Edition vor. Wie ihr gesehen habt, geht es heute um Smokehead. Das ist eine Serie des unabhängigen Abfülles Ian MacLeod. Das Unternehmen wurde 1936 gegründet von Leonard J. Russell. Und der wollte mit seinen unabhängigen Abfüllungen die Whiskywelt ein bisschen bereichern, erweitern. Und hat dafür natürlich alle Vorteile genutzt, weil das unabhängige Abfüller ist ja nicht auf eine Brennerei angewiesen. Sondern kann sich so, naja, wo er gerade will und wie es ihm am besten passt und schmeckt, eigentlich die Feste zusammensuchen und daraus dann seinen Whisky herstellen. Ist ihm ganz gut gelungen, denke ich. 15 Millionen Flaschen im Jahr verkauft MacLeod. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Und beim Smokehead ist der Name wirklich Programm. Also wenn man den aufmacht, der ist intensiv, der ist rauchig, der ist laut, der hat Bums. Das riecht man schon. Und die ganze Aufmachung ist relativ modern, wenn man sich die Website anguckt und das Flaschendesign. Denn was ich besonders cool finde, ist, dass das Frontetikett sehr kurz ist. Und dann im hinteren Etikett, innen drin, sozusagen so eine schöne grafische Anordnung von Wörtern. Chip, peachy, smoky, senolic, powerful Bloodloops. Steht alles hier so hinten drin und man sieht jetzt quasi durch die Flasche durch. Finde ich total cool. Natürlich auch die Geschenkverpackung relativ edel aus Metall. Und, ähm, Totenkopf drauf vorne. Also das ganze Design ist sehr modern und sehr quer gedacht. Die Whiskybranche. Genau. Kostet 30 Euro im Schnitt. Ähm, ist preislich damit eigentlich ganz gut. Gibt's außerdem noch in einer roten Rock Edition. Die hat 46,6%. Die Version hier hat 44,2%. Genau. Gibt's noch als normalen Smokehead. Gibt es als Extra Rare. Und als High Voltage. Und als Black Bottle. Extra Black, Black Extra, irgend sowas. 18 Jahre alt. Der ist, äh, dann schon relativ teuer und relativ exklusiv. Kommen wir zum Smokehead Rock Edition. Er ist von der Farbe her sehr, ja, goldig. Hellgoldig. Steht übrigens nicht drauf, ob's kühl gefiltert oder gefärbt ist. Ich hab's jetzt auch nicht rausgekriegt im Netz. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt es doch einfach mal drunter. Ist er kühl gefiltert? Ist er gefärbt? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, hat 44,2%. 44,4. Ja, 44,2. Ja, und das erste, was einem hier entgegenschlägt, erstmal ist Rauch. Und, ähm, ich hab in meinen Videos immer Torf gesagt. Und ich hab festgestellt, der kam immer so, ja, aber Torf riecht doch eigentlich gar nicht. Natürlich riecht Torf nicht. Torf ist, naja, nass, nasse Erde und dann ist es trockene Erde und dann verbrennen wir es. Und erst dann fängt es an, einen Geruch zu entwickeln, wenn wir es verbrennen. Mit Torf meinte ich immer genau diesen Rauch, den es erzeugt. Hat, dieser Rauch hat aber unglaublich viele Facetten. Also, das geht von Lagerfeuer, holzig, rauchig, über Räucherfisch, Räucherfleisch, baconartig, hin zu, ähm, naja, sehr, sehr kräutererdig, der Rauch, oder dann schon fast ins muffig gehende. Also, beziehungsweise auch so dieses Phenolisch-Medizinische. Das ist so diese ganze Palette an Rauchgerüchen, die man haben kann. Und entschuldigt, wenn ich immer mal Torf gesagt habe, ich meine damit Rauch. Das ist für mich dasselbe. Es ist nur im Englischen sagt man, oder hab ich in Schottland immer mehr peated als smoked gehört. Und deswegen, äh, sage ich wahrscheinlich im Deutschen auch immer, torfig, torfig, torfig. Obwohl es ja rauchig, rauchig, rauchig ist. Genau. Also, der hier, wie gesagt, sehr rauchig. Aber trotzdem. Also, sehr rauchig, würzig, intensiv ist er da, sehr bissig, fast so, naja, so pfeffrig. Und jetzt hat er mich geruchlich gerade an was erinnert. Und zwar an Artbeck. Weil er hat diese, Artbeck hat für mich immer eine sehr typische pfeffrige Note. Die hat zum Beispiel auch Taliska, aber bei Taliska ist mehr dieses salzig-maritime Dominant. Und bei Artbeck ist es wirklich so Pfeffermühle. Und daran erinnert er mich sehr stark. Also, wenn ich eine Vermutung abgebe darf, dann sage ich Artbeck. Also, wenn ihr ihn auch schon mal im Glas gehabt habt, dann könnt ihr mir ja vielleicht auch verraten, was denkt ihr, was es für ein Fass ist oder welche Fässer es sein könnten, welche Brennerei dahinter steckt. Ja, hat auf jeden Fall neben diesem pfeffrig-rauchigen, aber auch was sehr frisches, fruchtiges. Also, naja, Zitrone würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es ist so was leicht holziges. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal affuziiere ich einen Geruch, wenn ich nicht genau weiß, wonach er riecht, aber mit einer Farbe. Bei mir ist es jetzt hier rot. Dunkles rot. Also, vielleicht könnte es vom Geruch her in die Sherry-Richtung gehen. So ein bisschen Sherry-Fass, ja. Das könnte sein. Ein Whisky mit Sherry-Finish. Zwei Whiskys mit Sherry-Finish, die ich bereits verkostet habe. Einmal der Lafroig PX Cask. Und einmal der Lafroig, ah, nicht Lafroig, sondern Telesca Portree. Zwei Whiskys mit Sherry-Finish, die ich schon mal verkostet habe, falls ihr euch die angucken wollt. Oh, der hat einen schönen, schönen Werdegang. Ich habe letztens mit einer Freundin in der Bar gesessen und wir haben uns über den Geschmacksverlauf von Whisky unterhalten. Und hatten da eine Idee, eigentlich müsste man, weil normalerweise benutzt man ja dieses Rad zum Whisky verkosten, eigentlich müsste man da mal eine Linie machen. Das ist dann wirklich, weil ich habe ja auch öfter schon mal gesagt, ja, der Whisky ist voll wie eine Achterbahnfahrt. Und eigentlich müsste man das mal so darstellen. Und auch bei dem Whisky, es fängt an, es ist sehr, naja, sehr, sehr mild, sehr entspannt erstmal. Also man merkt schon, da steht Rauch und Tauch dahinter, irgendwas Heftiges. Aber erstmal ist er so ein bisschen so, ja, hallo, guten Tag, holzig ein bisschen. Und ähm... Passt so, naja, eigentlich, ja wirklich holzig. Und so diese minimale Sherry-Note kommt am Anfang durch, dann wird es so, rutscht es so ein bisschen in die Richtung, nicht Kaffee, sondern so ein bisschen süßlich, Toffee, Karamell, irgend sowas. Wirklich nur ganz kurz, ganz minimal. Und dann ballert der los mit seinem, äh, Torf, Rauch. Ich mach's schon wieder falsch. Seinem Rauch. Und ist erst sehr, naja, sehr, sehr wirklich dunkel, so wie das Torfeuer eben, eben ist. Und, äh, sehr, ja, sehr, sehr, naja, nicht, nicht kräutrig, eher, ja, eher wie ein intensives Lagerfeuer, das so murchtet und riecht. Und dann rutscht der so ein bisschen ab ins mehr holzige und schmeckt fast wie so ein, ähm, frisch getoastetes Fass. Und dann am Ende... Ja, und dann nach dem getoasteten Fass kommt so eine würzige Pfeffernote oder allgemein Gewürze kommen da durch. Irgendwas Herbes, Scharfes, auch so ein bisschen weniger Ethanolisch scharf, wirklich würzig scharf. Und am Ende bleibt so eine, so eine Mischung aus, äh, aus leichter Rauchnote und, äh, Holzfass. Mit wieder diesem Toffee-Touch bleibt zurück. Ja, geschmacklich, äh, wenn ich ihn zusammenfassen müsste, die süßen Noten, also Toffee, Sherry, leichte Holzsüße, sind jetzt nicht ganz so krass dominant, weil man sich konzentriert, merkt man sie, aber im Schnitt ist es eigentlich eher ein sehr holzkohleischer, rauchiger Whisky. Deswegen für mich ein idealer Whisky zum Grillen. Schmeckt mir da besonders gut. Ein schönes bisschen Fleisch über dem Holzkohlegrill hast und dann dieser Whisky dazu. Finde ich total top. Bekommt von mir deswegen auch 4 von 4 Punkten. Und, ja, mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Das war der Smokehead Rock Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr auch ganz sicher gehen wollt, dass ihr keinen Whisky mehr verpasst, dann abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut außerdem nochmal auf meinem Blog vorbei. Dort habe ich noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky. Und bis dahin, Sláinte! Bis zum nächsten Mal.